Rüdiger, auf geht's! Ja, als 2 Punkte Vorsprung im Moment noch für das TransMF-Team. Wir sind gespannt, ob Sie das halten können. Und das würde dann bedeuten, dass Sie ins Finale einziehen. Das muss das Publikum, auch Hürdige, mit einem kräftigen Applaus nutzen. Die Kurven kommt, feuert euer Team an, damit die 2 Punkte halt sind. Ja, Sie werden nach allen gern aufstehen, warnen, fänden, jubeln, schreien, kreischen, alles ist drin, damit sich das S-Fahrer TransMF-Team das Finale qualifiziert. Also unterstützen Sie Ranschel in Wettbewerbs mit der Helmfarbe Weiß und mit der Helmfarbe Gelb. Ja, Angel, ja Max. Ja, 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 Max. Ja. Ja, nuestros